Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal und es ist Tommy Freitag. Und heute schauen wir uns als erstes Aces High im Original von Iron Maiden an und ich bin sehr gespannt. Let's go! Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich liebe einfach Tommy Style Er schafft irgendwie so ziemlich jeden Song in Power Metal zu portieren Und das klingt dann auch immer verdammt gut Ja, ist einfach ein Ausnahmekünstler, der Mann Ja, ich liebe einfach mal 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 Boah, was ein cooles Cover Hat mir sehr gefallen Hat mir sehr, sehr gefallen Ähm Ja Vom Album Power Slave 1984 erschienen Hier in Tommys Version Und ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Bye Bye